Hallo und eine weitere Folge Purfarming. Wir werden jetzt, nachdem wir Stroh zu die Kuhstelle gefahren haben, werden wir jetzt dann wieder ansehen. Gegrubat habe ich schon, offline. Und jetzt werden wir hier, äh, na, was sehen wir hier an überhaupt? Gerste, genau. Das lasse ich den Helfer weitermachen. So. Dann gehen wir mal zum düngen. Werden wir mal ein bisschen leiser machen. Das ist zu laut für die Aufnahme. Vorzeiglich. So. Dann fahren wir mal mit Tempomat. Gut. Dann gehen wir mal. Es müsste so passen, ja, von der Mapkarte her passt es. Das ist der andere, der es nicht schön angesehen hat. Okay, Dünger passt, dann schauen wir mal rüber zum anderen Feld, Gewächshaus tut sie noch nix. Schauen wir mal hier, wie es da ausschaut. Gedingt haben wir ja schon, okay. Wir könnten uns eigentlich noch ein Feld zulegen. Schauen wir hier mal, Feld 2 ist auch ziemlich klein. Was kostet das 1er? Hier, Sim 5 1,96 Hektar und wir haben bei dem Feld ein Hektar. Genau, dann würde ich sagen, das Feld kaufen wir uns. Was kostet das? 7,5 1,8 Hektar. Wir sollen das kaufen uns. Ja. 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 Feld kaufen. Klasse 1 Getreide. Dann würde ich mal sagen, das lassen wir mal hier stehen. Dann gucken wir mal, ob wir das hier pflügen können. Okay. Äh. Moment. Äh. Äh. Moment. Wir spulen mal vor. wir haben es jetzt vier stunden acht zwölf stunden so jetzt kann man einstellen unseren helfer ja wir können mal was probieren mit grasballen aber das irgendwie bei die kühe reinbringen es wird aber nichts angezeigt das ist ja das was mich ein bisschen stutzig macht ich hoffe dass wir das hinbekommen holen wir uns mal ein grausballen schauen wir mal ob da was funktioniert oh wir haben ja keine kühe können wir eigentlich einen kredit aufnehmen mal gucken hier da ist nichts bank hier dann kaufen wir uns den kuhstall mal ich war der Meinung wir hätten den schon gekauft dann haben wir praktisch nur davor gearbeitet ach den muss ich auf der anderen seite kaufen dann machen wir mal das wunderbar jetzt probieren wir erstmal da rein kommen oder ob das was wird dann mit den grasballen wenn nicht oder kaufen uns das kühe moment einmal machen wir es gleich so weil kühe haben wir noch keine tier kaufen kaufen wir uns mal 10 stück ok so dann probieren wir mal ob das geht ich glaube das funktioniert ja nicht oder jetzt probieren wir mal aus stellen wir mal aus verkaufen 100 euro bekommen wir dafür verkaufen 100 euro bekommen wir dafür können wir das mit unseren strohballen auch machen dann verkaufen wir hier mal ein bisserl was und hier noch so 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 ok komisch dass wir überall gleich viel bekommen wir haben wir haben hier nur mist gemacht flüssig dinger milch produziert aber aber wo müssen wir hier stroh einfüllen oder 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 komisch oder 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 kaufen. Na gut, da haben wir das zumindest einmal herausbekommen, wie das funktioniert oder geschwige nicht funktioniert. Dann fahren wir zum Feld, zu den neuen Feld. Aber ich glaube, das müssen wir hier gar nicht kultivieren oder beziehungsweise gruben. Weil nur ein bisschen Schale fett ist, dass hier nur ein Helfer fahren kann pro Feld. Funktioniert. Wunderbar. So, dann machen wir die Bahn fertig und ich sage schon mal Tschüss, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.